G8 2007, die Welt zu Gast in Mecklenburg-Vorpommern. Sag deine Meinung, aber ohne Gewalt. Hallo, ich bin Sascha Gluth und spiele den Störtebäker in Ralswig auf Rügen. Mecklenburg-Vorpommern ist der Gastgeber des nächsten G8-Gipfels und die Augen der Welt werden auf unser Land gerichtet sein. Zur Lösung der globalen Probleme brauchen wir deine Stimme und dein Handeln. Bezieh Stellung. Aber das ist kein Grund gleich die Piratenflagge zu hissen. Kopf und Kragen zu riskieren bringt weder dir etwas noch deinen Argumenten. Heißen wir also die Welt von heute in unserem Land willkommen und führen einen friedlichen Dialog für die Welt von morgen. Sag deine Meinung, aber ohne Gewalt. Wir setzen uns ein. Eine Gemeinschaftsaktion der Medien in Mecklenburg-Vorpommern und der Polizei.